Wir wollen Hollerbrunn zum Vorbild machen. Zum Vorbild einer lebendigen, lebenswerten und naturnahen Gemeinde. Wir wollen ein Zentrum, das vor Leben sprüht, keine leerstehenden Geschäfte. Wir wollen unseren Wald erhalten und mehr Grün in unserer Stadt. Bäume und Blumen statt Asphaltflächen. Wir wollen, dass jede Katastralgemeinde gut angebunden ist, ob mit Rad oder Öffis. Dafür braucht es die Grünen in Hollerbrunn. Ich bin Georg Ecker, Spitzenkandidat der Grünen in Hollerbrunn und bitte euch am 26. Jänner um eure Stimme.